Und herzlich willkommen zur Eurobike. Da es in Riva so gut angekommen ist, haben wir jetzt wieder die größten News der Bike-Messe für euch. Test, test, es ist ganz schön warm, 36 Grad und es wird noch heißer. Macht den Trend nie wieder leiser. Viel Spaß beim Schauen. Und es gibt echt coole Neuheiten, haben wir festgestellt. Oh ja, und wir machen wieder einen ganzen Rundumschlag, also von allem etwas. Es lohnt sich auf jeden Fall, dieses Video komplett zu schauen, denn im Verlauf des Videos haben wir gleich zwei Rabattcodes für euch von unterschiedlichen Firmen. Zum Start ein kleiner Schwenk durch die Halle, damit ihr einen besseren Eindruck erhaltet, was wir so erlebt haben. Wir sind zu Gast bei SRAM und der Moritz wird uns jetzt die Neuheiten im Segment Gabel vorstellen. Ja, hi zusammen. Also wir haben heute unsere komplett neue Gabel- und Dämpfer-Kollektion dabei für das Modelljahr 2023. Mal bei den Gabeln angefangen. Wir haben eine Pike, eine Lyric, eine Zep, schon bekannte Modelle. Das heißt, wir decken den Federwegsbereich 120 bis 190 Millimeter hier ab. Alles, was nicht Cross-Country oder Downhill-Racing ist, können wir hier abbilden. Wir haben hier eine ganze Menge neue Technologien, alle voran eine neue Charger-3-Dämpfung, bei der wir eine komplett unabhängige High- und Low-Speed-Druckstufenverstellung haben. Wir haben jetzt ein komplett lautloses Ausfedern der Gabel, haben die sogenannten Buttercups am unteren Ende der Gabel. Das sind kleine Gummipucks, die Vibrationen, Mikrovibrationen aufnehmen. Im Falle der Pike und der Lyric auch komplett neue Chassis und so einfach ein komplettes, schönes neues Paket. Und es geht immer mehr auch auf den Stahldämpfer. Erklär doch mal ganz kurz Stahldämpfer-Vorteil zum Luftdämpfer. Wir haben sowohl Stahl- als auch Luftdämpfer neu. Da ist das gleiche Thema. Wir haben jetzt eine unabhängige High- und Low-Speed-Verstellung. Beim Dämpfer muss man immer wissen, das ist speziell fürs Fahrrad getunt. Das heißt, der Hersteller arbeitet dann mit uns zusammen, um den richtigen Tune für das jeweilige Bike zu finden. Und nicht in allen Bikes funktionieren Stahldämpfer gut. Das heißt, es kommt ein bisschen auf die Progression des Hinterbaus an. Und wenn die gegeben ist, dann kann man eben sowohl Luft- als auch Stahlfeder fahren. Macht aber nicht in allen Rädern Sinn. Also kommt ein bisschen auf den Fall an und auf das richtige Setup eben. Also ich kann dann direkt bei dem Hersteller vom Frame-Kit XY nachfragen, ob ein Stahldämpfer ich verbauen kann oder nicht sozusagen. Genau. Ob der auch gespeckt ist, ob der freigegeben ist. Und dann ist er natürlich etwas schwerer, aber bietet einfach nochmal eine höhere Konsistenz bei sehr langen Runs. Und einfach eine sehr lineare Kennlinie. Und das muss man eben checken, ob das dann Sinn macht. Ich sehe auch eine neue Reverb von früher, kenne ich sie noch, ist jetzt nicht mehr mit Seilzug, sondern mit? Mit Akku und drahtlos. Das heißt, die Reverb Access ist das, basierend auf unserem drahtlosen Access-Protokoll, wo ja auch unsere Schaltungen mit funktionieren. Das heißt, wir haben einen kleinen Akku an der Stütze und können dann kabellos Sattel hoch und runter fahren, absenken. Und das ist natürlich eine feine Geschichte. Cockpit bleibt schön aufgeräumt. Und ja, ich muss nicht irgendwie so eine Hydraulikleidung durch den Rahmen fädeln. Wenn der Akku leer ist, kann ich den dann von der Schaltung nehmen? Oder wie ist das? Selbstverständlich. Und wie oft geht sie hoch und runter? Oh, gute Frage. Das geht schon ein paar Mal. Also bei der Schaltung sagen wir 30 Stunden, 40 Stunden Fahrzeit. Also in der Regel fährt man da ein paar Wochen rum, bis man das zusammen hat oder kamen Monat. Super. Ich danke dir, Moritz. Vielen Dank. Wer unsere Transat-Videos gesehen hat, der weiß ja, wie sehr ich mich über meine Trinkblase ärgern musste. Und deswegen zeigen wir euch jetzt auch mal Neuheiten von Camelback. Denn das ist sicher für viele spannend. Camelback. Mal sehen, was die heute Neues zu bieten haben. Ja, schön, dass ihr vorbeigeschaut habt. Ich bin der Bernhard von Camelback. Seit diesem Jahr für Camelback in Europa zuständig. Ich denke, Camelback kennt ihr, kennt die meisten davon, dass wir der Affunier des Reservoirs sind. Also der erste Trinkrucksack, der 1989 damals aus der Idee entstand, dass man in der Wüste einfach anderswertig sonst keine drei Liter Wasser transportieren konnte. Seitdem haben wir da, glaube ich, den Industriestandard geschaffen mit dem Crocs-Reservoir. Das wird nächstes Jahr weiterentwickelt mit dem Fusion-Reservoir. Das erste Reservoir, was mit Reißverschluss zu bedienen ist. 30 Prozent leichter, absolut safe, absolut tropffrei. Und das Schöne ist, dass ich aufgrund dieser Bauweise mit diesem Backpanel kann ich in Zukunft mir es sparen, dass ich hier diese mittlere Rippe habe, die man natürlich braucht, damit das Ganze sich nicht zu einer Blase ausdehnt. Und die brauche ich eben aufgrund dieser Bauweise nicht mehr. Sprich, ich kann den Reservoir ganz leicht reinigen mit diesem großen Zugang über den Zipper leicht zu handhaben. Ich denke, das ist die Weiterentwicklung, die man braucht. Mega gut. Perfekt. Hier sieht man nochmal die ganzen Produkte, wie es mal begonnen hat und was die Zukunft so bringt. Richtig. Dann, Bernhard, bedanke ich mich. Danke. Und bis bald. Ja. Wir sind zu Gast bei Trickstuff. Ganz wichtig, Belag. Hallo. Ich mache bei uns den Vertrieb. Hier haben wir unsere drei verschiedenen Belagsorten. Prinzipiell ist zu sagen, es gibt den Standardbelag, den Power, den Power Plus. Der Standardbelag ist ein Belag, der eigentlich kein Standard ist, sondern schon sehr, sehr stark im Vergleich zu den regulär verbauten Belägen von Shimano oder SRAM. Hat eine sehr gute Haltbarkeit. Dann gibt es den Powerbelag. Der ist kompromisslos auf Rams Stärke ausgelegt. Er lässt sich immer noch sehr gut dosieren, aber hat mit Abstand die höchste Bremskraft überhaupt auf dem Markt. Der Power Plus Belag ist nochmal im Unterschied zum Powerbelag, hat er eine vernickelte Trägerplatte, was die Hitzeableitung nochmal erleichtert und hat noch zusätzlich eine Verzahnung. Das ist quasi so das Nonplus Ultra. Wir empfehlen den Standardbelag, ich sage mal für den Allround-Use oder für Gravel- und Rennradbereich. Wo es nicht unbedingt auf die maximale Bremskraft ankommt, eben auch auf Reitbarkeit. Powerbelag ist so der Belag für Downhiller. Power Plus ebenso. Das sind so die drei Beläge, die wir haben. Die dienen dazu, die Wartezeit auf unsere Bremse zu überbrücken und die bestehende Bremse einfach das Maximum an Bremskraft rauszuholen. Sehr gut. Wer kennt es nicht, wenn man ein neues Fahrrad hat, die ersten Belege, die in einem neuen Fahrrad sind, habe ich zumindest immer den Eindruck, sind Schrott. Und dann nimmt man sich die neuen und wir fahren beide sehr viel Trickstuff. Funktioniert einfach sehr gut. Was ist euer Geheimnis, dass es so gut funktioniert? Das ist die Belagsmischung. Die gibt es exklusiv auch nur so von uns. Wir kaufen nicht einfach zu. Langjährige Entwicklung und wie gesagt, es ist einfach die beste Möglichkeit, um eine bestehende Bremsanlage zu optimieren. Wir sind bei Husqvarna, eine bekannte Marke. Und du bist der? Ich bin der Rainey von der Firma Bierer E-Bikes. Du stellst uns heute die Neuheiten von Husqvarna speziell vor, was es so gibt. Wir stehen hier von dem E-Bike, gehe ich mal von aus. Genau, das ist unser neuestes Modell, das MC6. Hier in der Vollausstattung, also mit Carbon-Rahmen, EP8-Motor, XDR-Schaltung, Fox Factory, alles drum und dran. Also das Beste vom Besten. Ist Einsatzbereich Enduro. Genau, Einsatzbereich Enduro, All-Mountain, also 150 mm am Hinterbau, 160 mm an der Gabel. Mullet-Bereifung, das heißt 29 Zoll vorne, 27,5 hinten. Perfekt, was bringt das, die Bereifung? Die Bereifung bringt insofern einiges, sage ich mal, aus eigener Erfahrung. Im Endeffekt mit 29 Zoll rollst du schön über die Steine drüber. Mit 27,5 Zoll bist du hinten noch relativ flexibel und, sage ich mal, auf engeren Trails, ja, um einiges wendiger. Perfekt. Gibt es in, ich habe es schon ein bisschen verfolgt, Carbon-Top-Version und auch Aluminium, oder? Genau, gibt es in Carbon drei Varianten und dann noch in Aluminium in drei Varianten. Also, dass wir da wirklich von bis alles abdecken können. Heißt, der Rahmen, Geometrie bleibt gleich, nur das Material ändert sich von Carbon oder Aluminium? Ja, völlig korrekt. Wir haben natürlich bei den Carbon-Rädern ein bisschen getrickst, auch mit dem Motorwinkel. Also, wir haben da einen etwas anderen angehobenen Motorwinkel, dass wir auch den größeren 720er Akku in den Rahmen integrieren. Und somit sind wir einfach super kompakt und man sitzt im Rahmen mehr oder weniger und nicht mehr auf dem Rahmen. Ah, perfekt. Ich höre 720, du meinst 720 Watt Akku ist verbaut. Shimano? Völlig korrekt, genau. Gehen wir mal zu den Kits rüber. Es gibt nämlich auch etwas sehr Witziges für die Kits. Hier haben wir unsere Husqvarna Stesix für die Kits von, sage ich mal, drei bis acht Jahren. Gibt es in 12 Zoll und in 16 Zoll. Ja, absolutes Highlight, sage ich mal, für die jungen, frischen Dirt Rider. Sehr cool. Für alle, die nicht dabei sein konnten, haben wir natürlich auch ein paar Impressionen von der Messe für euch. Und gerade dieser Jeep ist uns besonders ins Auge gestochen. Aber auch hier natürlich die Motocross bei Cosmic Sport, ein Highlight. Gerade entdeckt, mega lässig, das Gewinnerfahrrad vom diesjährigen Mega-Valanche in Alpe d'Huez von Stefan Peter. Noch dreckig, ungewaschen sozusagen. Ja, ich wünsche den Status hätte ich auch, dass mein Fahrrad dann einfach ungewaschen ausgestellt wird. Ich denke, der hat jetzt noch ein anderes Fahrrad zum Fahren. Wir sind bei SR Santu, herzlich willkommen. SR Santu gehört zu den größten Federgabelherstellern der Welt. Wir sind zwar bekannt meistens von den City-Bikes, E-Bikes, Commuter-Bikes. Aber was viele nicht wissen, ist, dass wir auch im Rennsport sehr erfolgreich sind. Wir haben das Olympische Gold letztes Jahr gewonnen in Cross-Country. Und erst vorletzte Woche bei der Mega-Valanche auch den Siegertitel geholt. Gleich auch mit der neuen Durolux 38-Gabel. Das war Glück und auch ein bisschen, ja, natürlich Performance. Unser Fahrrad hat letztes Jahr schon die Mega-Valanche gewonnen. Und da haben wir gesagt, er muss auf jeden Fall das neue Produkt fahren. Und siehe da, er hat auch dieses Jahr den Titel geholt. Es handelt sich hier um eine Enduro-Federgabel mit 160 bis 180 mm sogar Federweg. 38er Standrohre mit einer Doppel-Luftkammer, genannt Equalizer. Mit dem PCS-Trennkolben-Chassis mit 38er Standrohren gibt halt die Stabilität. Und ihr habt auch mehrere Produkte. Ich sehe im Hintergrund, wenn man mal hier so den Schwenk nimmt, von der Downhill-Gabel bis zur Cross-Country, oder? Sehe ich das richtig? Richtig, genau. Das ist jetzt das Spektrum unserer High-End-Modelle. Das sind auch tatsächlich Gabeln, die im Weltcup gefahren werden. Wie gesagt, das ist die Rux 29-Zoll-Gabel, die unsere Weltcup-Downhill-Fahrer, auch jetzt gerade am Wochenende, ist in Andorra der Weltcup. Hier die eben schon vorgestellte Durolux 38. Dann haben wir ganz drüben noch die Cross-Country-Gabeln, die auch im Weltcup gefahren werden, auch letztes Jahr bei den Olympischen Spielen mitgefahren sind und wie gesagt die Goldmedaille gewonnen haben. Wir sind auch wieder bei SQ-Lab. Hier gibt es auch wieder einige Neuheiten. Und wie ihr seht, es ist echt einiges los. Seid gespannt, was wir euch zeigen dürfen. Servus zusammen, ich bin die Sarah von SQ-Lab. Und ja, am Gardasee haben wir euch schon den 6OX Infinity vorgestellt. Also unser erstes Sattelmodell komplett made in Germany. Und ja, heute auf der Eurobike kann ich euch glücklicherweise noch zwei weitere Modelle vorstellen. Jetzt fehlt er gerade. Zurückgeklaut. Und zwar ist es der 611 Ergo Wave. Viele von euch kennen den vielleicht schon. Das ist eigentlich unser Bestseller für den Mountainbike-Bereich. Ist unser sportliches Modell. Der Unterschied zum 6OX ist tatsächlich, dass man in der sportlicheren Sitzposition ist. Das heißt MTB-Fully für Rennen, aber auch Hardtail. Und die Besonderheit ist, dass die Rails hier aus der Schweiz kommen. Und das Material und wirklich der komplette Sattel aus Deutschland. Und das macht den Sattel so besonders. Das BASF-Infinity-Material ist bekannt auch von Laufschul. Gibt besonders viel Dämpfung und Komfort. Genau, die Sattelform ist die bekannte Esculap-Stufensattelform. Das heißt, die Sitzknochen liegen auf. Es gibt wieder vier verschiedene Breiten. Der Damm-Bereich liegt im Dipp drinnen, ist entlastet. Und genau, man hat möglichst viel Komfort für Mountainbike. Und alles, was man so damit machen will. So Sarah, was gibt es denn sonst noch Neues? Ihr habt mit den Sätteln angefangen. Und ihr macht ja jetzt nicht nur Sättel, sondern von Kopf bis Fuß fast schon, würde ich sagen. Willst du uns das einfach mal kurz aufzählen, was da alles dabei ist? Ja, auf jeden Fall. Also wie du schon richtig gesagt hast, wir haben mit Sätteln angefangen. Die Sitzknochen-Vermessung wurde eigentlich von Esculap erfunden. Mittlerweile kann man sich das gar nicht mehr vorstellen, dass man sich einen Sattel ohne Sitzknochen-Vermessung kauft. Egal in welchem Bereich man eigentlich unterwegs ist oder von welchem Hersteller. Und ja, wir haben uns zum Ziel gemacht, dass wir Ergonomieberater für jede Kontaktstelle im Rad sind. Das heißt, wir haben Becken, Fuß, Hand und haben dementsprechend alle Produkte. Das heißt, Griffe, Lenker, Sättel, Einlegebessonen, Pedalen und dann natürlich auch Bekleidung mittlerweile. Hosenpäußer ist ja ein riesen Steckenpferd im Moment auch für uns, weil das natürlich ein Zusammenspiel mit dem Sattel ist. Und ja, jetzt so als Ausblick kriegen wir noch Gravel dazu, weil das natürlich sehr beliebt geworden ist. Wir haben auch einen Gravel-Sattel, Gravel-Lenker und auch ein Lenkerband, ein neues. Deswegen, da kommt einiges. Und genau, das ist unser Ziel für jeden Einsatzbereich, für jeden Arsch sozusagen, was zu finden. Schaut mal, jetzt gibt es auch einiges in Farbe. Ich habe schon einen jetzt für mein neues Bike. Das ist natürlich mega gut, weil die Optik fährt auch immer mit. Und der hat natürlich auch dieses ganz typische Esculap-Design. Und ich freue mich schon, ab jetzt bunt unterwegs zu sein. Und das ist nicht die einzigste Limited Edition. Da gibt es einiges mehr. Von Esculap haben wir auch einen exklusiven Rabattcode für euch, mit dem ihr 10% auf alle Produkte erhaltet, bei denen im Online-Shop. Und der ist relativ kompliziert. Ich schreibe ihn euch auf jeden Fall in die Kommentare und in die Infobox. Aber kurz gesagt, Escu-Furide-10-22. Viel Erfolg beim Tipp. Wir sind jetzt mal nach draußen gewechselt und zwar zu der Firma Brose. Wir haben einen Spezialisten aufgetan, der uns einfach mal jetzt die Neuheiten so ein bisschen näher bringt. Stell dich mal kurz vor. Servus. Servus. Ja, ich bin der Adrian. Ich bin seit ca. 10 Jahren hier bei Brose. Nach meinem Studium bin ich hier reingekommen als Werkstudent und habe dann quasi meine Bike-Leidenschaft mit der Arbeit verbinden können. Und ja, habe das im Prinzip mit aufgebaut als Testingenieur. Heute bin ich Produktmanager für neue Antriebe oder für die bestehenden auch. Eure Motoren, wir fahren sie jetzt selber seit knapp zwei Jahren. Wo liegt euer Fokus? Natural Riding, sagt ihr selber von euren. Wie definierst du das genau? Ja, also Natural Riding ist jetzt auch kein Zufall. Das ist einmal die Motorpower und das Drehmoment. Also Drehmoment und Leistung. Die müssen halt in den Kadenzen verfügbar sein, wo ich sie brauche. Beim Anfahren brauche ich halt ein starkes Drehmoment, damit die träge Masse mal loskommt. Und wenn ich schneller trete, brauche ich die Leistung, weil die bringt mich den Berg hoch sozusagen. Und das muss verfügbar sein, ohne Verzögerung, ohne komische Sachen. Das muss proportional zu dem sein, was ich reintrete. Also intuitiv, proportional muss die Leistungsabgabe sein, sodass ich halt eins mit der Maschine werde. Dass ich gar nicht mehr denke, ich mache jetzt irgendwas, sondern ich bewege mich natürlich und der Motor verstärkt das so. Und ganz wichtig ist natürlich noch die Akustik, weil die natürlich so ein Gefühlsverstärker im Positiven ist. Also wenn man sie nicht hört, fühlt man sich wohl. Wenn man bestimmte Frequenzen und Klangfarben hört, fühlt man sich unwohl. Also das ist eigentlich das Natural Riding. Die Power, Verfügbarkeit, Dosierbarkeit plus Akustik. Mal sehen, was es hier für die Blogger gibt. Mal sehen, ob wir das überhaupt sind. Damit die Blogger nicht verhungern. Und Kaffee, weil da gibt es ja sonst noch nicht genug. Keine News, aber ein kleiner Funfact. Jetzt gibt es ein Rennen. Eine Minute, wer schafft mehr? Im Sprinten bin ich nicht so gut, aber... Ja, ihr wisst, ich liebe Wettkämpfe. Deswegen los geht's. Are you ready? Are you ready? Okay. Are you ready? Yeah. Okay, I'm gonna go from three to one. And I'm go, you go. Three, two, one, go. Oh, come on, come on. Das wirkt so einfach, aber wenn man sich da ein bisschen bemüht, dann ist es echt hart. Und man konnte sehen, wie weit der andere vorne ist. Und ihr werdet es nicht glauben, noch bevor ich mich orientiert habe, fast wie beim Battlefield-Computerspiel-Abschießstil, wo ich nur den Boden abschieße, habe ich gar nicht so schnell schauen können, da war der Nico schon gut im Vorsprung zum Kotzen. Und dann habe ich mich bemüht, so gut ich konnte. Aber ihr seht ja selber, ob ich es noch schaffen konnte oder nicht. Ich steh, wie mit. You need to stop, but don't give up. Keep going, keep going, keep going. Until the finish, only 100 meters left. Almost there. This is the easy part. Come on. Dazu kommt, dass Nico den besseren Fernklub hat. Den hat er sicher mit Zeit. Also Nico hat gewonnen. Sprinten kann er einfach viel besser. Aber sowas ist immer witzig. Macht das mit, falls das irgendwo geben sollte. Puh, ich kann ja nicht mehr atmen. Alter Schwede. Jetzt, wenn wir schon hier sind, schauen wir uns natürlich auch noch das neue elektronische Fahrwerk an. Was gibt es denn dazu? Ja, unser Flight Attendant Fahrwerk von RockShox ist unser erstes elektronisches, drahtloses Fahrwerk. Das heißt, Gabel und Dämpfer erkennen, ob ich gerade auf dem Trail bin, ob ich gerade berghoch pedaliere und straffen das Fahrwerk dann. Gehen also in den Pedal Mode oder in den Lockout und bringen dir einfach ein viel effizienteres Fahrgefühl. Das heißt, wenn ich so eine Art Lockout-Funktion habe, dann muss ich das nicht mehr bedienen, sondern das macht dann das für mich elektronisch. Genau. Du kannst es nie wieder vergessen. Es schaltet sehr schnell um, sehr oft um. So oft könntest du in der Praxis gar nicht umschalten. Du kannst dann auch so ein Bike wie das Capra hier mit 170 mm halt easy hochpedalieren, weil es halt super effizient ist. Ah, cool. Und wie ist genau die Technik? Also wie ist es auch gemacht? Also es sind Sensoren in der Gabel und im Dämpfer. Außerdem noch ein Pedaliersensor in der Kurbelachse. Der erkennt dann quasi, ob ich gerade pedaliere oder nicht. Und dann sitzt hier oben das Hirn des Systems. Der Chip und ein Algorithmus, der entscheidet, was das Fahrwerk gerade tun sollte. Und den kann ich noch ein bisschen konfigurieren. Das heißt, ich kann den Charakter des Systems in die eine oder andere Richtung verschieben. Wir haben aber das Ziel, dass das Bike möglichst immer offen ist. Das heißt, ihr braucht keine Sorge haben, wenn ihr auf dem Trail seid, dass es irgendwie blockiert ist. Wenn ihr gerade im Steinfeld oder auf dem Drop seid, keine Sorge, es ist auf jeden Fall offen. Und wenn es dann eben die Forststraße auf der anderen Seite wieder hoch geht, dann macht es eben zu und ist dann schön straff. Wir sind wieder bei Alpina, denn wir haben gesehen, dass Farbeneinzug gehalten haben bei euch. Das sind quasi die gleichen Helme, mit denen wir jetzt immer unterwegs sind, aber in bunt, oder? Genau. Wir haben für nächstes Jahr eine Kooperation mit Michael Cina. Da haben wir ein Artwork auf die Helme übertragen und auch auf die Sportbrillen. Und das Ganze sieht dann zum Beispiel beim Rootage Evo, unserem Dropdown-Jet-Helm, so aus. Damit wird man auf jeden Fall gesehen auf dem Trail und hat einen ganz individuellen Look. Bei den Brillen ist es tatsächlich so, dass jede Brille ein Unikat ist. Die werden in ein Tauchbecken getaucht, um sie einzufärben. Und so ist keine wie die andere. Und man hat ein Einzelstück von Alpina, wenn man so eine Brille in sich dann bekommt. Ja, mega gut. Und schaut mal, dass der Helm, mit dem ich über die Alpen gefahren bin, den gibt es jetzt auch mit Farbe. Wow. Also finde ich echt noch cooler. Mega schön. Ja, und dann habe ich gehört, ihr seid auch Richtung Made in Germany gegangen bei einigen Produkten. Pina ist ein deutsches Unternehmen und die produzieren auch schon immer in Deutschland. Was natürlich jetzt in den letzten Jahren auch ein noch größeres Thema geworden ist. Weil Lieferkettenprobleme hatten wir bei den Helmen, die in Deutschland gemacht werden, dann natürlich nicht. Weil auch alle Anbauteile und Materialien kommen aus der Umgebung. Spart super viel CO2 ein. Was natürlich gerade auch das Thema der Stunde ist, dass die ganzen Helme nachhaltig werden, so gut es eben geht. Also die Linie ist Made in Germany, oder? Genau, das ist der Soho, unser neuer Urban Helm. Mit einer Haarschale zu einem super Preispunkt von 69 Euro. Also gibt es in schönen, vielen, matten Farben auch, damit jeder seine Persönlichkeit auch mit der Helmfarbe ausdrücken kann am besten. Top, ab jetzt wird es bunter. Für die Kids gibt es auch einige Neuheiten. Genau, wir haben zum einen im Eyewear-Bereich die Rocket Youth. Wir haben ja für die Erwachsenen letztes Jahr schon die Rocket und die Rocket Bolt vorgestellt. Und das ist jetzt einfach eine schmalere und auch nicht ganz so hohe Brille für Jugendliche, dass sie denen auch passt. Und die auch in dem Style der Eltern und Erwachsenen oder ihrer Vorbilder über die Trails ballern können. Sehr cool. Und die Helme sind auch neu, habe ich gehört, oder? Genau, hier haben wir auch eine Ergänzung im Portfolio mit dem Rupi, heißt der. Ein Kinder-Fru-Ride-Full-Face-Helm. Das Besondere daran ist, dass man den Kinnbügel abnehmen kann. Man drückt hier einfach auf den Knopf raus, packt den raus und hat hier dann einen vollwertigen Halbschalen-Helm, aber mit einem tiefer gezogenen Heck für maximalen Schutz, super Ohrenschutz, ein Shield vorne dran für den Dreck. Und die Sonne natürlich auch, um die abzuhalten. Wir haben hinten ein Run-System verbaut, mit dem sich der Helm dann nochmal anpassen lässt, weil das ist immer das Wichtigste, dass der Helm den Kindern dann auch passt, von der Passform und durch die Anpassbarkeit mit Trimm. Und wenn euch das jetzt gefallen hat, dann gibt es auch einen Rabattcode von uns für euch mit FREE2022. Ich schreibe es euch auch nochmal in die Kommentare und in die Infobox. Bekommt ihr nämlich 20% bei Alpina. Wir sind jetzt hier bei Garmin, denn wie ihr wisst, navigieren wir ja immer noch mit dem Handy. Doch jetzt haben wir einen Fachmann von Garmin, der wird euch erklären, warum es sinnvoll wäre, mit einem dieser Geräte zu navigieren. Ja, hallo, mein Name ist Fabian von Garmin. Ich bin für den Bike-Bereich zuständig und stelle euch heute mal die beiden Neuheiten vor. Zum einen die Edge 1040-Serie und einmal den heute gelaunchten EdgeXplore 2. Ja, fangen wir gleich mit dem auffälligsten Feature beim 1040 an. Wir haben eine Nicht-Solar-Variante und dann haben wir den allerersten GPS-Fahrrad-Computer mit Solartechnologie. Wir sprechen hier von einer Akkulaufzeit von bis zu 45 Stunden bei intensiver Nutzung. Das heißt, es ist die Navigation an, es sind Zensoren gekoppelt und ich habe die Bildschirmhelligkeit relativ hoch. Also wirklich eine intensive Nutzung bis zu 45 Stunden. Aber auch der normale Edge 1040 hat eine Akkulaufzeit von bis zu 35 Stunden und ist daher auch wirklich ein richtiger Dauerbrenner. Der EdgeXplore gibt es auch zwei Varianten. Eine Variante mit Power-Pins und eine ohne Pins. Die mit Pins ermöglicht ein Laden direkt am E-Bike. Und so muss ich als Nutzer meinen Radcomputer nie mehr vom Lenker nehmen. Hier mal ein kleiner Vorgeschmack von den Produkten von allen. Da wird es aber noch ein eigenes Video aus dem Showroom geben. Und was ich euch schon mal sagen kann, wir fahren ja normalerweise Clickies. Da haben die auch was am Start. Ich bin schon selbst sehr gespannt, wie das genau aussehen wird. So, wir müssen jetzt gerade darum kämpfen, dass wir noch eine Rundfahrt drehen dürfen auf diesem Rade. Er glaubt uns doch nicht so ganz, dass wir einen YouTube-Channel haben. Musst du? Ja, hat geklappt. Ich danke dir. Sonst seid ihr live oder was? Nein, noch nicht. Das ist geil. Das ist gar nicht so schlecht hier hin. Besser hätte ich doch gesagt. Da würde ich dann wieder selbst fahren. Ja, es ist zu leer, weil die Testfahrten schon fast beendet sind. Aber es ist natürlich geil los. Und da bin ich hinten drauf gesessen. Die letzten Eindrücke aus Frankfurt. Und schreibt fleißig in die Kommentare und lasst uns einen Daumen hoch da. Und da sind die Kommentare und die Kommentare und die Kommentare.